Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Max und wir sprechen heute über die Whiffing ScanWatch 2. In diesem kleinen Hands-On sprechen wir über Design, Verarbeitung, Gesundheitsfeatures und Akkuleistung. Ich würde mich über ein Like auf das Video und über ein Abo freuen und jetzt viel Spaß. Fangen wir mit dem Design und der Verarbeitung der Whiffing ScanWatch 2 an. Beim ersten Blick kann die Uhr mit einer herkömmlichen Armbanduhr verwechselt werden, was für mich ein absoluter Pluspunkt ist. Durch das filigrane Edelstahlgehäuse und dem Guerillaglas wirkt die Uhr absolut wertig. Die ScanWatch 2 ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Entweder man nimmt die kleinere Variante von 38mm oder doch die mit 42mm. Bei meinem kleinen Handgelenk passt die 38mm Variante am besten. Auch für allerlei Sportarten ist die Uhr geeignet. Die Whiffing ScanWatch 2 ist bis zu einer Tiefe von 5 Metern wasserdicht und ist damit auch für anstrengende Sportanheiten geeignet. Kommen wir zu den Gesundheitsfeatures. Bei der ScanWatch 2 stehen Tracking-Features mit der zugehörigen App im Mittelpunkt. Aber es gibt einen kleinen Haken. Allgemein erfasst die Uhr eine Vielzahl von Aktivitäten. Das heißt vom Gehen und Joggen bis hin zum Schwimmen ist alles dabei. Und sie bietet zudem Menstruationszyklus-Tracking und Schlafüberwachung. Durch diese Features ermöglicht die Uhr einen wertvollen Einblick in mögliche gesundheitliche Veränderungen. Der Haken ist die Erweiterung der Features durch das Whiffings Plus Abo. Also wenn man alle Gesundheitsfeatures wie zum Beispiel den Gesundheitsverbesserungsscore oder eine exklusive Bibliothek mit Rezepten und Workouts haben möchte, dann muss man leider dieses Abo abschließen. Ein weiteres absolutes Highlight ist die Akkulaufzeit. Die Uhr kann bis zu 30 Tage bei normaler Nutzung ohne Aufladung genutzt werden. Das heißt im Umkehrschluss, ich muss meine Uhr nicht jeden Tag aufladen und kann auch mal ohne Ladekabel in den Urlaub fahren. In den drei Wochen seitdem ich die Uhr trage, habe ich sie noch nie aufladen müssen. Abschließend kann ich die Whiffings ScanWatch 2 absolut empfehlen. Sie ist eine gelungene Kombination aus Smartwatch, normaler Armbanduhr und Trackinggerät. Auch die Verarbeitung und die Gesundheitsfeatures, wenn auch mit Whiffings Plus Abo, sind ein echter Mehrwert. Wenn du eine Alternative für eine Apple Watch suchst, dann bist du bei der ScanWatch 2 absolut richtig. Abschließend gibt es von mir noch mehr zu sagen, danke fürs Zusehen, ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!